Jo Leute, was geht ab? Meine Autor Wies, Freunde, heute hier mit dem neuen Aura-Skin, den wir alle kostenlos bekommen haben am Start. Hier übrigens der Map-Code fürs heutige Video. 8 7 6 6 8 8 6 3 1 1 7 1 Fragezeichen V gleich für Version 53. Heute der einfachste XP-Glisch, den es, glaube ich, jemals gab und mit einer der kürzesten Videos. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo da, Freunde, falls ihr diese kurzen Videos, wo es direkt zur Sache kommt, richtig feiert. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Videos und gönnt euch die XP. Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, bis die neue Season anfängt, Freunde. Deswegen lasst uns alle noch so schnell wie möglich das Max-Level erreichen. Das schafft ihr, indem ihr den Abonnieren-Button drückt und die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. So, wenn die Map dann da ist, Freunde, könnt ihr jetzt einfach hier auf Spiel starten drücken, so wie ich das Ganze gemacht habe. Und ihr seht, wir kriegen jetzt hier zum Start 6000 XP und nochmal 2000 XP. Das war's auch schon, das war's mit dem Video, Freunde. Ihr könnt jetzt einmal zurück zum Zentrum gehen und wir sehen, wir haben 8500 XP bekommen. Nein, Freunde, das war's noch nicht ganz. Wir können jetzt wieder in die Map reingehen, Freunde. Und jetzt zeige ich euch mal, was ihr jetzt bekommt. Wir starten wieder einmal hier das Match an dieser Stelle. Ganz easy und entspannt, wie wir es gerade eben gemacht haben. Spawn jetzt hier irgendwo anders wieder. Und haben schon wieder 8500 XP bekommen. Also ihr könnt das die ganze Zeit machen. Könnt das so 3-4 Mal pro Minute machen. Macht so 40k XP pro Minute bis zu, ja, 2 Millionen XP pro Stunde. Viel Spaß auf jeden Fall damit, Freunde. Gönnt euch die 10 bis 20 Level, die ihr hier mitmachen könnt. Je nachdem, wie viel XP-Boost ihr noch habt. Und ich würde sagen, haut da rein. Wir sehen uns später oder morgen wieder bei einem Wehleitung-Video auf meinem Kanal. Wie ist oben links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Oben rechts findet ihr ein weiteres cooles Video. Genau wie unten die zwei. Guckt sie euch gerne an. Einen ist so ein kostenloses V-Bug-Sitch aktuell funktioniert. Unbedingt mal reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.